Hallöchen Leute und willkommen zu einer Folge Let's Play Uri! Oh Gott, da wollte ich nicht hin. Zurück! In the will of the wisp! So, wir sind jetzt... Ich weiß nicht genau wie wo, aber wir sind... Ähm... An einem Ort. Und ich hab Ruckler gehabt, warum... Was war das? Wo kommt der immer her, dieser Ruckler? The fuck? Wo führst du mich hin? Oh. Und das hat jetzt gespeichert, das Ding. Okay. Okay. Oh, Gott sei Dank ein Speicherding. Ich hab immer das Gefühl, dass dieses Ding, warum wir sind, sehr knifflig werden wird. Das sagt mir mein Feeling. Oh, dafür bist du näher gekommen, Lupo. Hier sind wir nun, unter den Wurzeln der großen Weide, die diesem Land eins Leben schenkte. Ich wusste es einfach nicht, Uri. Ich hab echt nicht erkannt, dass der Verfall bis ins Herz von Niven vorgetrunken war. Aber im Angesicht des Übels hat sich Tock zurecht. Ja. Ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe. Oh. Muss ich die Dinger alle irgendwie was machen damit? Irgendwie kaputt machen oder so? Weiß ich nicht. Alles klar. Das sind auf jeden Fall alles wahrscheinlich Ziele. Ja, stimmt. Dann haben wir alle Gebiete durch, ne? Guck mal, da gibt's hier noch Prozente. Warte. Und die Wüste finde ich noch 2%. Ja, ich finde immer schon. Okay, okay. Dann würde ich sagen... Guck mal, das wird ja auch mit Punkten markiert, wo wir wo alles hinkönnen. Das ist weird. Alles klar, pass auf. Hier gibt's keine Feeling nach unten. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder runter. Denn wir markieren... Will da hin. Okay, das ist hart. Meine Güte. Kann das Spiel nicht einfach mal... ...einfach sein? ...einfach sein? Ah! Ah! Hallo, ich hab doch eh da rein. Ich muss auf meine Maus achten, wo die ist. Aber da muss ich auf so viel achten, dass das gar nicht so easy. 5 Milliarden Tode, wir kommen! Naja, learning by doing. 4. 5. 6. 6. 7. 6. 10. 10. 10. Das war's für heute. Okay. Ich bedanke mich. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Oh, 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 oh Moment mal. Ja, nu var ich fast mir hier, ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020